Ach du Scheiße. Ach ne, wo gehen wir denn da hin Junge? An die Häuser können wir uns eigentlich verbarrikadieren oder? Ja die zerschießen sie dir. Ja gut, wir können uns von diesen Rohbauten nehmen. Ja ja, meint ja. Die zwei Treppen absichern und dann halt. Aber wir müssen aufpassen auf die andere Seite, weil das andere Haus kann auch rüberschießen zu uns. Das heißt wir müssen auch aufpassen. Ja wir brauchen auf jeden Fall ein paar Sniperfreaks. Flo, wie ist das? Ach schau, wir sind nicht alle. Hm, ja ich hol mir die Autosniper. Der hier oben drin. Du meinst die halbe Auto. Oh Scheiße, ich bin genau im Gegner gespawnt. Hochteam, hochteam Gegner. Ja, wo du hast du uns rausgelegt. Ja hier können wir uns verrikadieren für ne kurze Zeit stimmt. Achtung, da kommt meine Nade. Oh Leute, hier ist keiner gute Posi, ne? Nein, da muss einfach nur jemand der Granate hat und er ist nicht tot. Impact wird danach, ist gefährlich. Nicht so fruchtig, Junge. Ich hab auch ein paar Granaten, Alter. Gammelt ja da oben, Junge, wie der letzte Zigeuner. Oh, ich wurde gesnipert. Auf der anderen Seite ist das. Ich hab hier den Claymore und die Leiche sind eingelegt. Habe einen. Parkt irgendwas weiter oder was? Ruf sie du. Ey Mann, der Sniper auf der anderen Seite immer noch. Danke, dass du mich wiederbelebt hast und nicht, dass ich gleich wieder sterbe. Ah shit. Oh, wir sollten uns hier rausverpissen. Aber ganz schnell. Wenn es irgendwie noch möglich ist. Ich versuche für eine neue Waffe ein Schalterfrei zu schalten. Oh, Mann. Du Kacke, jetzt trinken wir hier aber mitten in der Kacke wieder, ne? Ja, ich werde die ganze Zeit weggesnippt. Ah, Feuergranate. Die ganz böse Sache da. Aua. Ey, der strebt mich die ganze Zeit, Junge, packt rechts zusammen. Alter. Andere Seite. Yo, er sieht mich. Pass auf, bei dem anderen kleinen Teil, da sitzt einer drin. Ah, unten drunter, unter euch ist einer. Unter uns? Ja, jetzt ist er rausgerannt. Zwei in der Leiche, Container. Unten ist auch einer. Loll, man kann nicht durch Treppen durchgießen. Ah ja, das ist gut. Da ist das ganze 410. Los, starten wir sie uns. Weg hier. Ich bin so, weg. Für hinten sch... Alter. Ey, wie viel hab ich denn gerade geholt? 13 Stück, ey. Weg hier, gehen wir gleich. Da kommen zwei zu euch die Treppe hoch. Rechts, rechts, rechts. Besser Granate. Die spawnen direkt vor mir, wo ich gerade gestorben bin, drei Mann. Jupp, süß. Einer noch neben dem Häuschen, wo wir gerade eben dritt waren, next. Der steht da vor. Okay. Der rennt jetzt bei euch lang, da links. Pass auf, ob du links gehst. Boah, ich spawne. Wo spawne ich denn, Mann. Neben. Aua. Jo, komm jetzt schon hoch, auf der anderen Seite. Ja. Abbild, den in. Alter, wie lau bin ich denn? Warum heil ich mich denn nicht mehr? Ja, ich hab gerade drei Gegner geholt auf dem anderen Haus. Hier das eine Haus ist safe, wo ich gerade bin. Achtung, Schaffüße, schade auf uns. Drüben, gegenüber. Ich hab markiert. Die Klamour hat gesündet. Die kommen von unten. Ja, ja, ich hab drei Klamours hier am Gang. Eine halbe Stunde. Gezuckt. Wieso haben wir keinen Sensor hier oben? Weil ich keinen Sniper mehr bin von eben. Okay. Ich retz dich. Nichts, aber dankeschön. Das war ein anderer. Also egal, Hauptsache ich werd geretzt. Ja, hab ihn. Wir dominieren. Ich dominiere wohl eher, oder? Du spielst alleine, oder was? Guck da, wer hat denn hier so 20 kills von uns? Achso, und du hast sie alle ohne Hilfe geschafft. Klar. Ohne Assis. Kein einziger. Die Null Tode, die hab ich mit Hilfe geschafft. Ich retz euch. Und einen auch nicht. Oh ja doch. Einen hab ich geschafft. Hallo, ich hab auch neun Kills. Ja, also bitte. Ja. Oh, jetzt kommen sie aber von allen Seiten, ey. Ja, keiner kann so kurz am Leben. Wir grad sind wir alle verreckt. Und dann, und dann, und dann ist wochenisch grad... Axel, rechts von dir, rechts von dir. Fliegen hoch. Von hinten. So, noch zwei! Gottscho, schalte die Penner aus! Ich bleibe zum Fliegenhoff, dass keiner hochkommt. Haben wir den letzten Ohr, ich bin mit der Nate! Nur noch weiter, dann haben wir's! Also los! Hab den letzten! Mit der Nate-Klebe. GG! Warum bin ich eigentlich nicht gestorben? Ich hab immer noch null Tode irgendwie. Keine Ahnung, aber ein Bug bestimmt. Noch eins. Das gehört sich zum Wagen. Deswegen Addents. Jetzt geht's auf jeden Fall. Ich habe ne�ure dich. Ich hab das alles. Ich schalte es aus. Vielen Dank.